Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Instrument Phase 4. Und Phase 4 gehört zu den Phasenmodulationen oder Phasenverzerr-Synthese-Instrumenten. Was das genau ist und was das bedeutet und wie man das einstellt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch mal los! So, ich habe hier schon mal so einen Phase 4 geladen und der sieht schon mal ziemlich mächtig aus. Jetzt nochmal ganz kurz. Also Phase 4 ist Phase Modulation, Phase Distortion, nennt sich diese Synthese oder kurz PM oder PHS-FM. Und das FM kommt daher, weil die Phasenmodulation relativ nah an der FM-Modulation ist. Also von der, wie sie betrieben wird. Der große Unterschied, es gibt mehrere Unterschiede, aber der große Unterschied zur Frequenzmodulation, also FM-Modulation ist, dass bei der FM-Modulation der Carrier durch die Geschwindigkeit des Modulators moduliert wird. Und bei der Phasenmodulation wird der Carrier oder wird die Phase des Carriers moduliert, statt der Geschwindigkeit. Das ist so einer der ganz großen Unterschiede. Und dann gibt es noch ein paar kleine Unterschiede, nämlich, dass man bei der Phasenmodulation, wenn man einen FM-ähnlichen Sound erzeugen will, Hauptsache, hauptsächlich nur mit Sinus-Wellenformen das erreichen kann. Wenn andere Wellenformen zum Einsatz kommen, dann funktioniert das halt nicht mehr so. Vorteil der Phasenmodulation ist, sie ist weniger rechenintensiv. Also sie ist billiger für die CPU. Der Klang bleibt konstanter im Tonhöhenbereich und weil es eine Phasenverschiebung oder eine Phasenmodulation ist, hat man die Phasen soweit einfach unter Kontrolle und es gibt halt keine ungewollten Phasenverstimmungen und Verschiebungen. Und man kommt auch nicht so schnell in diesen atonalen Bereich, also dass es halt einfach nur noch zum Geräusch wird. Das bleibt halt lange genug ein Instrument und ist dadurch auch etwas kontrollierbarer. So, das reicht jetzt aber erstmal so ein bisschen an Theorie. Ich denke, die Theorie kriegen wir jetzt auch so ein bisschen, oder hoffe, dass ich so ein bisschen in der Praxis auch noch zeigen kann. Und legen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Klang los. Und so klingt der Phase 4 oder Phase 4, wenn man den lädt. Und ich gehe jetzt einfach nochmal ganz kurz über das Instrument drüber, um nochmal so oberflächlich zu zeigen, was da alles ist und gehe dann ins Detail rein. Also, das Phase 4 Instrument ein-aus-Knopf. Dann haben wir hier wieder so ein Preset-Knopf, wo wir den Preset-Browser aufrufen können. Der Name natürlich. Dann gibt es hier die Möglichkeit, diese Anzeige hier einzublenden. Die werden wir auch gleich nochmal brauchen. Dann gibt es natürlich die Fernsteuerungselemente, die Modulatoren, die man einblenden kann. Es gibt hier einen globalen Pitch für das Instrument, einen globalen Glide für das Instrument. Dann die Legato-Funktion des Glides. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Dann gibt es hier so ein XY-Feld, sage ich jetzt einfach mal, wo man die verschiedenen Oszillatoren und Modulatoren ansprechen kann. Und hier natürlich dann auch die entsprechenden Shapes oder den globalen Shape und globale Modulation der Oszillatoren. So, dann haben wir hier die einen Oszillator und Oszillator-Modulatoren, also eine Einheit, sage ich jetzt mal. Davon gibt es vier Stück. Die sind hier gekennzeichnet mit R, B, M und Y. Die kann man nämlich auch genau hier ausschalten und wieder einschalten. Machen wir das gerade mal. Dann gibt es hier eine Filteroption, eine Driveoption. Und die Filteroption hat hier auch noch den großen Filterknopf und hier den kleinen Resonanzknopf. Hier stellt man die Werte ein, die die jeweiligen, oder wie stark die jeweiligen Oszillatoren, nenne ich es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, auf die, auf die, auf den Filter Einfluss haben, beziehungsweise der Filter auf die Oszillatoren Einfluss hat. Und zwar geht das wieder hier in den Plus-Bereich. Also kann man ein bisschen verstärken, wie stark der Sound, der hier rauskommt, vom Filter bearbeitet werden kann. Oder eben auch im Negativbereich. Das heißt, erkläre ich dann auch gleich nochmal. Dann gibt es hier ein Filterfeedback. Ein Keytracking für den Filter, dass der Filter mit der entsprechend angeschlagenen Tast damit läuft. Hier gibt es dann noch den Wert, wie stark hier diese Filterenvelop beachtet werden soll. Die steht hier erstmal auf 0. Die kann man hier in den positiven Bereich und in den negativen Bereich ziehen. Dann gibt es hier noch eine ADSR-Hüllkurve. Und natürlich kann man hier vorne auch mit den jeweiligen Hüllkurven modulieren. Und hier habe ich dann noch entsprechend für Filter und für Amplitude die entsprechende Anschlagdynamik. Hier habe ich einen Container für Noteneffekte, für FX, also Audio-Effekte. Dann Penning links-rechts. Nochmal einen Verstärker für den Sound. Und hier habe ich dann das Volume Out. Das ist der große Übersicht über das Instrument. So, gehen wir jetzt einfach mal ins Detail. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir haben hier vier Elemente, vier Oszillatoren, also Carrier und Modulatoren, die gleich sind. Und der Synthesizer klingt so. Und ich schalte jetzt einfach mal drei von den Vieren aus. Dann klingt der nur noch so. Und ich schalte jetzt auch hier unten diese Großansicht hier nochmal ein von den verschiedenen Oszillatoren. Vielleicht mache ich dann einfach für die Demonstrationen alle vier nochmal an. Und ich sehe jetzt in diesen vier Fenstern diese vier Oszillatoren. Wenn ich das jetzt aus hier mache, dann gehen die alle weg. Das heißt, ich habe eine schöne Übersicht, was für Wellen ich hier produziere. Und auch noch so einen schönen visuellen Feedback, was damit passiert, während ich hier irgendwelche Schalter hin und her drehe. Dann habe ich hier noch so einen generellen Out. Der zeigt mir im Prinzip das an, was hier dann rauskommt, was hier unten als Audio angeht. Dann habe ich hier noch eine Anzeige über die Filter und die ADSR-Kurve. Warum die jetzt hier so flach sind, könnte jetzt an der Auflösung liegen. Ja, das liegt an der Auflösung. Ich lasse es jetzt aber vielleicht so groß, damit der Phase 4 auch groß genug im Bild ist, wenn ich hier rumdrehe. Ja, gehen wir einfach mal über so einen Oszillator los. Und man kriegt auch hier und man braucht das auch die Hilfe. Das heißt, wenn ich hier vorne draufklicke und die F1-Taste drücke, kriege ich hier erstmal so die Übersicht und kann die einzelnen Oszillatoren mir anklicken. Und zwar hier habe ich ja schon bei dem R, dann kann ich den Oszillator aus- und wieder anmachen. Und wofür man die Hilfe ganz gut brauchen kann, ist dieser Teil, wo jetzt SOR drinsteht, also Sägezahn. Und hier ist auch die Erklärung, was diese Beschriftung hier soll. Nämlich hier geht es um die Phasenverzerrung, sage ich jetzt mal. Und zwar wird hier gesagt, okay, SOR ist die Verzerrung einer Sinuskurve zu einer Sägezahnwelle. Das heißt, wenn ich den Regler hier habe, höre ich eine Sinuswelle, fast. Doch, höre ich. Ich mache hier mal alles auf 0. So, eine Sinuswelle und je weiter ich das im Uhrzeiger sind drehe, bekomme ich eine Sägezahnwelle. So, und dann gibt es weitere Algorithmen, nämlich Pulse Width. Also das heißt, der Sinus wird zu einem Puls. Ich zeige das nachher noch, weil man sieht es dann schön an diesem kleinen Oszillator oder im Oszilloskop. Dann gibt es Half, das ist eine halbe Sinuswelle, die dann gestaucht wird. Dann gibt es Double, das ist eine Sinuswelle, die mit doppelter Geschwindigkeit, doppelter Frequenz läuft, die man dann verzerren kann quasi zu einer Normalgeschwindigkeit, also einfachen Sinuswelle. Und dann gibt es noch die normale Sinuswelle, die, wenn man den Regler im Uhrzeigersinn dreht, immer enger wird. So, und jetzt zeige ich das mal ganz kurz. Also hier haben wir Saw, wo ein Sinus zu einer Sägezahn wird. So, und wenn wir jetzt weitergehen, Pulse Width, Sinuswelle wird zu einem Puls. Da haben wir den Puls. So, jetzt die halbe Sinuswelle, also die wird ja hier einfach nur, statt dass die so einen schönen Bogen läuft, geht die halt einfach, springt die da wieder ab. So, und die wird jetzt auch zu einem Puls. So, und dann geht es weiter mit dem Double. Das ist eine doppelt so schnelle, ich könnte jetzt einfach eine Oktave tiefer spielen, dann hätte ich wieder einen Sinus, aber... Und die wird jetzt verzerrt mit einer normalen Sinuswelle, sodass die quasi fast zu einer normalen Sinuswelle wird, mit so einem Puls drin. Und dann noch die eigentliche Sinuswelle. Die dann auch wieder zu einem Puls wird. Also das sind jetzt erstmal so die grundsätzlichen Verzerrungsmethoden von der Phasenmodulation. So, jetzt habe ich hier einen Modulationsrad oder Regler. Wenn ich das drehe, passiert erstmal gar nichts. Weil dieses Rad ist an diese Einstellung gebunden. Das heißt, im Moment ist hier alles auf 0. Und deshalb kann ja auch gar nichts modulieren. Wenn ich jetzt hier den roten Regler und die Farben entsprechen dann immer den einzelnen Oszillatoren hier. Und hier ist rot eben der eigene Oszillator. Wenn ich den jetzt aufdrehe, moduliere ich diese Sinuswelle mit der eigenen Sinuswelle, also mit dem Feedback. Und schon habe ich Rauschen. So schnell kann ich Rauschen damit erzeugen. Ich kann jetzt aber auch hingehen und zum Beispiel den blauen hier anmachen. Und ihr ahnt es schon. Rot, Blau, Yelp und Magenta. Und der blaue hat hier keinen Output. Das heißt, den hört man nicht. Wenn ich hier ausmache und ich drücke die Tasten, passiert einfach nichts. Bis ich hier halt aufdrehe. Das ist jetzt ein ziemlich tiefer Ton. Den hört ihr nur über Kopfhörer oder mit einer guten Box. Ich mache den jetzt aber wieder auf 0, weil ich brauche den im Moment nicht zu hören. Der soll mir jetzt einfach nur diesen Ton hier modulieren. Das heißt, ich muss jetzt den aufdrehen und ich drehe den mal jetzt ganz auf. Beziehungsweise, ich mache den hier nochmal leise und den hier auf laut. Und ich habe jetzt eine Sinuswelle, die durch nichts moduliert ist. Also ich kann hier rumdrehen. Da passiert nichts. Ich kann den auch ein bisschen höher hier machen. Dann hört man das besser. So, ich will den aber relativ langsam haben. Deshalb gehe ich mit der Ratio runter. Und lasse den einfach mal auf dem Sinus. Und mache den Output wieder aus. Und ich habe hier jetzt die Modulation von der Sinuswelle voll aufgedreht. Und moduliere jetzt den Sinus hier. So. Moduliere jetzt diesen Sinus mit diesem Sinus. Beziehungsweise ich moduliere die Phase dieses Sinuses. Und wenn ich das jetzt auf die Schnelle hinkriege. So, machen wir das einfach mal so. So, ich habe jetzt hier den blauen Oszillator unheimlich langsam eingestellt. Wenn ihr da mal guckt. Da kommt jetzt zwar ein Ton, aber ich höre den auch nicht. Der ist so niedrig. Der ist irgendwo, glaube ich, bei, keine Ahnung, 20 Hertz oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber irgendwie relativ tief. Den hört man so jetzt nicht. Und jetzt schwingt diese Welle hin und her. Ja, man sieht hier jetzt nur einen Strich, weil der einfach so langsam schwingt. So, und wenn ich jetzt diese Sinuswelle, die sich jetzt so laut anhört, moduliere, dann seht ihr, wie eine Phase moduliert wird. Jetzt schwingt hier die Phase so hin und her. Und je stärker ich das mache, desto mehr schwingt die Phase hin und her. Und da das natürlich eine Sinuswelle ist, die hoch und runter geht, merkt man dann auch langsam, ich bin auch gleich still, wie sich die, wie die Tonhöhe anfängt zu wackeln, hoch und runter. Jetzt wackelt die ordentlich. Lasse ich jetzt diesen Sinus hier jetzt schneller modulieren, also die, die Phase hier schneller hin und her schieben. Dann passiert folgendes. Also es wird dann immer schneller moduliert, bis halt dann quasi ein neuer Ton entsteht, der jetzt im Moment sehr metallisch klingt. So. Und was ich an der Darstellung auch total schön finde, wenn man jetzt so mit dieser ganzen Phasentheorie so gar nicht so richtig Bescheid weiß, die Phasis wird immer so in Grad angegeben, also von 0 bis 360. Und wenn man sich jetzt einfach mal so vorstellt, dass dieser mittlere Strich hier die Ruheposition einer Box ist, die quasi nach oben zeigt, so nach hinten ist die Chassis, die Box, also ist dieser hintere Bereich hier und nach vorne kommt quasi der Sound raus hier. Und das ist die Ruheposition der Box. So in der Ruheposition ist da, wo hier die Sinuswelle anfängt. Machen wir das gerade mal wieder weg. Da, wo die Sinuswelle anfängt. Das heißt, die Box kann hier quasi anfangen, nach außen zu schwingen, Luftdruck zu erzeugen, dann wieder zurück zu schwingen und wieder Luftdruck zu erzeugen. Und dadurch geht ja diese, dadurch hat man ja den Ton, wenn die Luftdruck, dieser Luftdruckfrequenz dann einfach groß genug ist. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier moduliere, da können wir mal schauen, wenn ich das jetzt hier moduliere, dann fängt das auch an einer bestimmten Position mit Knacksen normalerweise an. Aber vielleicht habe ich dir jetzt gerade gerade Pech irgendwas eingestellt, weil die Box ja normalerweise in dieser in dieser Ruheposition auch immer ist. Und wenn die quasi auf einen Schlag von außen anfangen muss und nach rein, muss die ja erstmal so raus schlagen. Und dieses Rausschlagen ergibt dann meistens dieses Knacksen. Deshalb benutzt man ja oft auch diese Fades, wo man dann vom Nullpunkt anfängt, nach oben oder nach unten, gerade bei der Audiobearbeitung zu gehen. Dann bekommt man dieses Knacksen nicht, sondern hat einfach einen sanften Übergang. So, wir waren hier bei der Modulation. Das heißt, ich moduliere hier mit diesem zweiten Modulator die erste Welle. Und ich hatte hier eigentlich, den hier wollte ich eigentlich haben, macht das nicht so viel Unterschied. Und ich habe jetzt auch gerade was über Phase erzählt. Das heißt, dass ich hier quasi die Phase schön abgebildet habe. Und wenn ich anfange, das zu modulieren, dann sehe ich, wie die Phase quasi verändert wird, hin und her geschoben wird durch diesen zweiten Oszillator. und was ich noch machen kann, ich kann jetzt, und ich glaube, da hat man auch das Knacksen, ich kann hier so ein Offset, also ich kann einstellen, ich kann hier die Welle verschieben und jetzt kriege ich auch das Knacksen. Ich muss auf dem Ton bleiben, damit man sieht, wie die schön rumschiebt. Das heißt, ich habe den Ton, das ist die Standard-Sinuswelle, und jetzt schiebe ich das quasi rum und mache so ein Offset und sage hier, du fängst schon hier an. Und das ist natürlich die ungünstigste Position für einen Lautsprecher, der normalerweise hier sitzt und so hin und her schwingt, quasi nach vorne und nach hinten. Und dann habe ich hier das Knacksen. 71 Grad, 90 Grad dürfte, glaube ich, so das Schlechteste sein. Genau, das ist hier am oberen Punkt. Und wenn ich dann auf 180 Grad gehe, ihr kennt das mit dem Kreis, dann geht die Welle nach unten los. Also statt, dass er jetzt nach oben ausschwingt, schwingt er erst nach unten aus, aber das kann er halt wunderbar machen, weil er hier in der Ruheposition ist. Doppelklick, wieder alles auf 0. Jetzt habe ich hier schon gezeigt, ich habe hier die verschiedenen Algorithmen. Wenn ich da draufklicke, Maus hoch und runter schiebe, kann ich die auswählen. Dann habe ich hier den Phasen-Offset und hier an der Stelle, das übersieht man ganz leicht, wo die 1 steht, kann ich noch zusätzliche Obertöne mit dazu einwählen. und die werden generiert, jetzt muss ich die Hilfe nochmal aufrufen, mit sogenannten Formanten, glaube ich. Genau, Formant Harmonics. Genau, das heißt, die kann ich einfach mit dazu wählen. Das heißt, ich habe hier einen Ton, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Spektrum mit reinnehme, dann sieht man das auch nochmal schön. Ich habe hier einen Ton, nicht schön, aber es ist einer. Jetzt wäre ich den zweiten dazu, das ist der hier quasi, jetzt kommen halt noch die Obertöne mit dazu. den dritten, das ist der hier, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Ihr habt das Prinzip kapiert. Das heißt, ich kann hier einfach den, dem Ton etwas mehr Obertöne und Harmonische hinzufügen. So. Dann habe ich hier eine Ratio. Und die Ratio ist nichts anderes, als dass ich sagen kann, okay, geh mir eine Oktave runter. Hier. Oder geh mir eine Oktave hoch. Oder mehr. So. Hunde-Ambient-Musik. So. Dann habe ich hier halt das Key-Tracking. Das heißt, wenn ich hier spiele, sieht man schön, wie die... Sieht aus wie ein Mappet-Show. Sieht man schön, wie diese Welle hin und her läuft. Und wenn ich das ausmache, habe ich eine festgelegte, eine fixe Frequenz für den Carrier. Und die kann ich natürlich hier fest einstellen, weil es ja auch eine fixe Frequenz ist und kann diesen Huibu hin und her schicken. Und habe dann die Möglichkeit, mit dem Modulator hier eine Veränderung herbeizuführen. Und dann wackelt Huibu hin und her. Wenn ich das halt möchte. Aber ich will eigentlich mehr jetzt gerade hier so spielen. Und weiter rechts habe ich dann hier noch so einen Monokrapfen und eine Panoramabretzel. Hier, also Mono und Stereo. Und hier drunter habe ich noch eine Herzzar. Und wenn ich an der rumschraube, hört ihr, wie die Phase des Sounds verschoben wird um die Herzzahl beziehungsweise, Entschuldigung, nicht die Phase, die Frequenz. Das heißt, es wird einfach so ein bisschen verstimmt. Man sieht es ja auch, wie die so hoch und runter geht. Vielleicht kann man im Monobereich leicht verstimmen, so ein bisschen wie unison. Und im Stereo-Bereich wird nur eine Spur davon verschoben. Das heißt, es entsteht so eine Schwebung und so ein Stereo-Effekt. Klaus hat was mit dem Haarseffekt zu tun. So, wenn ich das klein genug mache, gibt es einen schönen Stereo-Effekt. Wenn ich das dann zu groß mache, ist da eine heftige Modulation drin. und ich höre halt, wie die beiden Töne gegeneinander verstimmt sind. Der eine hat noch Normalton und der andere ist jetzt einfach höher beziehungsweise in die andere Richtung. Und das ist nicht der Haarseffekt, weil das wäre eine zeitliche Verschiebung, das ist einfach nur unterschiedliche Frequenz. So. Gut. Das heißt, ich und hier habe ich zum Schluss natürlich noch den Lautstärkeknopf, den Volumeknopf, wo ich den Oszillator hier, den Sound rausgeben kann. Nochmal kleine Wiederholung von dem Oszillator. Das heißt, wir haben hier einen Ausschalter, dann haben wir hier einen Phasen-Offset. Hier haben wir die verschiedenen Algorithmen, die man einstellen kann, durch klicken und Maus hoch und runter schieben, die man einstellen kann. Hier kann man zusätzlich bis zu neun harmonische Obertöne mit dazu wählen. Hier haben wir die Ratio, um die Oktaven durchzugehen oder eben runter. Dann gibt es hier das Key-Tracking mit der kann man natürlich auch nochmal hier verstimmen. Habe ich vorhin total unterlassen. Dann haben wir hier noch den Panoramakrapfen und die Panoramabrezel, also Mono-Stereo und dann eben das Detuning davon. Hier haben wir die Verzerrung, die für die Algorithmen zuständig ist, das heißt, von Sinus zu Sägezahn, also je nach Algorithmus, der hier eingestellt ist. Dann haben wir hier den Modulationsregler, der andere Oszillatoren als Modulation hier reinnimmt. Das heißt, ich kann hier unterschiedliche Werte der unterschiedlichen Modulatoren, wenn die aktiviert sind, einstellen und mit denen dann diesen Ton modulieren. so und was wir noch haben, das ist dieser kleine rote Pfeil oder Dreieck, sagen wir es einfach mal so und damit wird die Reihenfolge geändert, was zuerst passiert mit dem Sound und der Sound wird zuerst, wenn ich es richtig noch weiß, wird zuerst hier verzerrt, wird jetzt zuerst verzerrt und dann moduliert. Ich mach mal hier das hier aus und das hier wieder an. So, also er wird erst verzerrt und dann moduliert. Ich kann hier draufklicken, dann kehrt sich das um, dann wird der Sound erst moduliert und dann verzerrt. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn ich den jetzt einfach mal so hin und her schieben lasse und dann verzerre, so, seht ihr, wie das schön gleich bleibt. Drehe ich das Ganze nochmal um und jetzt wird erst verzerrt und dann moduliert. Und jetzt wird erst so, also es ist vom Sound her ein Unterschied, also gerade hier. Das ein bisschen besser sehen vielleicht. ich glaube, so hoch eingestellt war vielleicht besser. also man sieht einfach, wie sich die Welle anders formt dann und entsprechend kommt dann eben auch eine andere Klangfarbe zustande. Das heißt, ich kann jetzt all diese Oszillatoren anmachen und in jeden dieser Oszillatoren kann ich zum Beispiel entscheiden, will ich jetzt hier einen Output haben oder keinen. Das heißt, ich kann einen dieser Oszillatoren als Modulator und gleichzeitig als Oszillator benutzen. Und vier aufs Mal, da kann man ziemlich komplexe Sounds veranstalten. So, dann habe ich natürlich auf der rechten Seite eine Filterfunktion mit den gängigen Filtertypen, also Tiefpass, vierpoliger Tiefpass, also mit einer steileren Flanke, Bandpass, Vierer Bandpass, Hochpass, Vierer Hochpass, Notchfilter und Filter aus. Sieht man auch gleich, wird hier komplett ausgeschalten. So, dann habe ich hier noch einen Drive und lustig ist, wenn ich hier doppelklicke, geht er in den Minusbereich auf minus 6 dB, weiß nicht warum, ganz ehrlich, eigentlich hätte ich erwartet auf 0 dB und hier habe ich dann den, hier kann ich den Wert einwählen, wie, ob der, ob die Oszillatoren für den Filter normal verarbeitet werden oder ich kann Frequenzen hier nochmal verstärken. Das heißt, der rote Filter hier würde jetzt die stärkere, ich schalte hier mal alle ein, würde jetzt stärker bei einer Filterbewegung zu hören sein. Das heißt, der Regler hier ist für den roten, wäre der einfach nochmal um, was ist das, 1,3 Kilohertz, also 1330 Hertz nochmal weiter aufgedreht, als er es eigentlich ist, beziehungsweise ich kann auch in den Minusbereich 1,3 Kilohertz wäre der rote hier drunter und alle anderen wären quasi auf diesem Normal-Level, nur der rote wäre halt einfach um 1,3 Kilohertz unter diesem Level. Da habe ich den Resonanz, die Filterresonanz. Dann nochmal, das hatte ich vorhin zwar schon erwähnt, dann habe ich hier nochmal einen Feedback, das heißt, ich kann den Output von dem Filter nochmal hier in den Filter rein, wenn so eine Feedback-Schleife erzeugt wird. Ich habe hier ein Key-Tracking, um ein fixes Filter-Set quasi an die entsprechende Taste, die ich gerade drücke, beziehungsweise an die Note, die ich gerade drücke, anzupassen, sodass der Filter immer mitwandert. Und hier habe ich dann die Einstellung, wie stark eben der Filter-Envelope-Generator, also die Filter-Hüllkurve, beachtet werden soll, im positiven wie im negativen Bereich. Und kann natürlich mit der Filter-Hüllkurve dann alles mögliche modulieren. und dann eben noch die ADES-Erhüllkurve, auch alles, mit der kann ich auch alles modulieren, habe dann an den beiden noch eben die Anschlag-Dynamik, die Velocity, genau, da unten steht das, die ich auch noch einwählen kann. Und zum Schluss habe ich dann hier noch den Panorama-Regler, Panorama-Regler, links, rechts, den Verstärkung nochmal und den generellen Output des Geräts. So, ähm, interessantes Gerät, man kann wirklich ganz tolle Geschichten machen, wenn man dann noch hier anfängt, die ganzen Modulatoren mit Voice-Stacking und allem möglichen zu betanken, dann wird es eine richtig heftige, kann man da richtig heftig gute Sounds draus basteln und natürlich mit den ganzen Effekten hinten dran noch sowieso und ja, ich hoffe, das hat euch so einen Überblick erstmal gegeben, wir haben jetzt nicht wirklich viel Soundbeispiele hier gemacht, aber das Tutorial ist eh schon so lange und vielleicht machen wir das einfach mal so in der Practice Session so ein paar Dinger zu bauen und ich zeige euch dann einfach wie verschiedene Dinge klingen aber zum Glück gibt es ja auch hier über die Presets etliche Presets wenn ich auch die richtigen auswähle doch der Phase 4 und es gibt hier etliche Presets die man sich anhören kann und durchspielen kann und gucken was wurden da gemacht sodass man da schon mal reinkommen kann und ja wenn mir was hübsches einfällt mache ich lang war aber mir lag daran so ein bisschen was über die Phasenmodulation beziehungsweise die Phasenverzerrung beziehungsweise die Phasen-FM Synthese zu erzählen und ich hoffe es hat euch gefallen abonniert den Kanal und liked das Video teilt meine Videos weiter wenn ihr sie mögt und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wünsche euch einen schönen Tag bis 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 bis